Am kommenden Wochenende feiern wir Pfingsten. Pfingsten ist ein wunderbares Fest, hat mir mal eine Verkäuferin beim Aldi gesagt, als sie meine Waren an der Kasse 1 kannte. Du hast nämlich drei Tage frei und brauchst niemandem was zu schenken. Ich musste beim rausgehen schmunzeln, aber dann habe ich gedacht, sie hat doch recht. Weihnachten und Ostern ist schon völlig kommerzialisiert. Das einzige christliche Fest, bei dem der Werbung noch nichts eingefallen ist, ist Pfingsten. Dabei ist Pfingsten eigentlich das Geschenkefest. Denn Pfingsten bekommen wir von Gott ganz viel geschenkt. Wir bekommen seinen Heiligen Geist. Mit diesem Heiligen Geist lebt sich's viel besser. Wer den Heiligen Geist hat, kann zum Beispiel seine Schwächen annehmen. Jeder von uns hat ja Schwächen und Grenzen. Krankheiten oder das Alter setzen uns Grenzen. Oder Intelligenz kann begrenzt sein. Unsere Herkunft, unser Geld, unser Charakter, all das begrenzt uns. Und ein geistloser Mensch kann das nicht annehmen. Er will immer über seine Möglichkeiten hinausleben. Er will tun, was er gar nicht kann. Er will der Beste, der Intelligenteste, der Schönste sein. Am liebsten wäre er Gott. Der Heilige Geist überzeugt uns, brauchst du gar nicht. Es reicht, wenn du der bist, der du bist. Gerade deine Schwächen machen dich so liebenswürdig. Wer also den Heiligen Geist hat, der kann seine eigene Schwäche annehmen und braucht andere Menschen wegen ihrer Schwäche nicht zu verurteilen. Mit dem Heiligen Geist lebt sich's einfach besser. Und darum bete ich heute und an den Tagen vor Pfingsten um den Heiligen Geist, dass er uns ergreift, dass er uns durchdringt, dass er uns lebendig macht. 22 Uhr, DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar. 2. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 10. 11.